Urlaub im Donnersberger Land bedeutet für mich Abwechslung. Von bezaubernden Landschaften mit Wäldern, Wiesen und Weinbergen, die einladen bei gutem ausgeschilderten Wegen zum Wandern und Spazieren. Abwechslung bietet auch die Pfalzkart mit ihren über 100 Attraktionen in der Pfalz, die für Sie als Gast im 4-Sterne-Park Hotel Schillerhain kostenfrei dabei ist. Nach einem abwechslungsreichen Tag gehört das Entspannen dazu, ob in unserem Naturspa hier oben, in den Baumwipfeln oder bei einer schönen Flasche Wein in unserem Restaurant Schillerhainer Stuben. Als Golfer kommen Sie rund um Kirchambulanten voll auf Ihre Kosten. In nur circa 10 Minuten Fahrzeit erreichen Sie zum Beispiel den Golfclub am Donnersberg. Wir haben Ihnen ein tolles Angebot für Ihren nächsten Golfurlaub zusammengestellt. Zwei Übernachtungen inklusive unserem Viergang Schillerhainer Schlemmermenü und Nutzung unseres Naturspares in den Baumwipfeln mit seinen Panoramasauen. Mein Team und ich freuen uns jetzt auf Ihre Buchung. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald im Donnersberger Land. Wir treffen uns im Park Hotel Schillerhain. Spannende App니er Spannende Applium Spannende App니er